Ich bin Tobi von den AOK Festivalreportern und wir haben einen super Fan von... Stopp, jetzt läuft es nochmal anfangen. Ja, fang an, läuft dann. Hi, hier ist Tobi von den AOK Festivalreportern und wir haben hier einen besonderen Fan von Dune und Sonderschule, Sonderschule Dune. Und das Interview wird Pelle von Dune führen. Dankeschön. Richtig, hi, wir haben hier Pia. Pia ist ein riesiger Fan der Band Dune, unserer Band. Großartig. Erzähl uns doch mal, was du gestern alles so mitgemacht hast. Ja, ich war gestern eigentlich nur da wegen Mr. Irish Bastard und ich war komplett überzeugt, also ich war, ich dachte dann, ja, bleib ich da noch mal stehen. Was hat der denn da drauf geschrieben oder auch? Und? Weiß ich nicht. Aber ein Interview von Sonderschule ist schon mal korrekt. Ja, genau. Und Sonderschule und Dune hat mich total umgehauen. Jetzt kommt noch ein Autograf von Dune. Ja, alle dürfen jetzt auch hier unterschreiben. Ja, ich möchte Namen haben. Ich möchte einfach heute. Ohne zu fragen. Und einer hat angefangen, jetzt machen sie natürlich alle. Das sind Band Autogramme, die kannst du verkaufen bei Ebay. Ja, genau. Das verkaufen wir nicht bei Ebay. Ich muss natürlich ein Stück von ihr mitverkaufen. Das ist das Problem. Ach so. So gehört sich das. Das machen wir dann. Wo auf dem Gelände wohnt ihr denn? Wir sind, glaube ich, Zeltplatz 3. Ich orientiere mich immer nur an dem großen Lichtding. An dem Lichtding? An dem Lichtding. Nennt sich Sonne. Nein. Scheinwerfer teil. Was möchtest du denn jetzt noch sehen? Was sind deine nächsten Favoriten? Auf jeden Fall Matzen. Wegen Matzen bin ich überall an. Scheiße. Wir nehmen jetzt auch mal Matzen. Ja, die habe ich schon bei Kampfenbäzen gesehen. Und ich war hin und weg. Und ich finde die toll. Großartig. Was hältst du von Against Me? Kannst du die nachher noch ein paar Leute mitbringen und bei uns eben vorbei machen? Wir müssen Party bauen. Das ist inoffiziell. Ach ja, Entschuldigung. Mach die Kamera aus. Echt wahr? Ja, ernsthaft. Okay. Tobi sagt Ciao. Wo ist denn drei? Ciao mit Fahr. Wo ist denn drei? Ja, wenn man reingeht und dann geradeaus geht und dann links.